Automatisch in all diesen Handlungen in unserem Alltag werden wir Moment und Augenblick für Augenblick zu einem Leben was, was ausstrahlt, was inspirieren kann, was begeistern kann. Die kann dich noch nicht loslassen, aber die will auch nicht bei dir sein. Aber das ist ihr Problem. Es ist nicht deines. Sei froh, dass du eine kalte, klare Trennung serviert bekommst. Weil natürlich fühlt sich das nicht gut an, aber welche Trennung fühlt sich denn bitte gut an? Es geht doch nicht darum, dass sich das gut anfühlt. Scheiße fühlt sich so oder so an. Die Frage ist nur, in welche Hölle willst du kommen? Das sind arscharische Regungen, die uns heute nichts mehr bringen. Wir sind halt immer noch alte Wesen in der neuen Welt. Rohbeiträge sind Outtakes und Mitschnitte aus Beratungsgesprächen. Was ihr nicht hört, ist die Stimme dasjenige, mit dem ich telefoniert habe. Was ihr aber hört, ist meine Stimme. Aus den Anonymisierungsgründen. Ich denke aber, dass ihr etwas für euch, für eure eigene Situation herausziehen könnt. Und so war es auch gedacht von denjenigen, mit denen ich telefoniert habe, die mir natürlich deren Erlaubnis auch gegeben haben, dass ich euch das hier präsentieren kann. Sie haben es nämlich so verstanden. Ich möchte auch mal was zurückgeben an all die Leute, die auch Teil dieser Community sind. Deswegen möchte ich euch auch bitten, in den Kommentaren respektvoll mit der Geschichte umzugehen, die hier behandelt wurde. Nö, alles gut. So, also klar. Natürlich klappt das erstmal vielen Dank, dass wir eine Stunde verschieben konnten. Das hat mir den Alltag heute etwas entspannter gemacht. Wäre auch anders gegangen, aber so ist es schöner. Legen wir gleich los. Wir haben eine gemeinsame Stunde. Vielen Dank. Oh, toll, toll. Das höre ich sehr gerne. Das höre ich zum Glück tatsächlich öfter. Aber es ist trotzdem immer wieder ein Kindergeburtstag und Weihnachten gleich zusammen für mich. Weil wenn man, ich sag mal so, ich tue mit Absicht das Monat nicht monetarisieren auf YouTube, weil ansonsten würde ich das als Einnahmequelle sehen und dann hätte ich schon ein Problem. Also das erzeugt sofort automatisch Probleme und darauf habe ich keine Lust. Das ist das Beste, was passieren kann oder das Einzige, was passieren kann. Also das ist halt einfach ein Lob. Insofern vielen Dank dafür. Weiß ich sehr zu schätzen. Gut. Okay. Aber wir haben 60 Minuten. Deswegen, ich respektiere deine Zeit und ich peitsche gleich rein. Ich werde die üblichen Geschichten dir erzählen, die ich am Anfang immer erzähle. Wenn du fleißig Rohbeiträge gehört hast, dann hast du sie schon in der einen oder anderen Stelle mal gehört. Aber sei es drum. Ich möchte dich bitten, mit auf die Uhr zu schauen, dass wir pünktlich Schluss machen können um 10 Uhr. Das bedeutet, dass wenn es dir bitte möglich ist, dass du dann keine Fragen mehr um 10 Uhr stellst, sondern dass wir dann in die Verabschiedung übergehen, weil ich lasse mich gerne mal hinreißen, weil auf Fragen reagiere ich in der Regel mit Antworten. Ich bin da irgendwie neurotisch. Und dann kommt es zu der Überziehung. Alles gut. Super. Gut. Also einfach nur die Uhr im Blick haben. Ich danke dir erstmal für das, was du eben gesagt hast. Dann das Nächste. Du kennst meine Rohbeiträge. Ist es erlaubt, das Mikro mitlaufen zu lassen? Ja oder nein? Nein. Oder falls es ein Jein ist, dann kann man zum Beispiel auch so sagen, dass ich alles wegschneide, was zu persönlich ist. Und ich lasse nur diesen allgemeinen Sermon drin, weil ich ja oft mal zu Allgemeinplätze formuliere, um Red Pill zu erklären oder weiß der Teufel was. So ist es. Okay. Los geht's. Also, hier kurz meine zusammengefasste Geschichte schreibst du. Ich und Jacqueline, wir waren bis vor vier Monaten ein wirklich glückliches Paar. Ausrufezeichen. Wir wohnten zusammen und waren glücklich, so meinte ich jedenfalls. Ausrufezeichen. Du bist 50, sie ist demnach 30 und ihr beide seid durch dick und dünn gegangen. Wieder ein Ausrufezeichen. Also hinter allem hast du ein Ausrufezeichen. Also am Anfang. Das fand ich interessant. Das Nächste. Wir wollten heiraten. Das war ein großes Thema zwischen uns. Sie ist eine wirklich attraktive Frau. Davon gehe ich aus. Sonst hättest du dich nicht mit ihr rumgetrieben. Ich bin viel beschäftigter. Was bist du denn jetzt? Raketenwissenschaftler mit vielen Diensten. Und natürlich, ja, Raketenwissenschaftler haben viele Dienste und Verantwortung. Nee, du bist Raketenwissenschaftler. Bring mich nicht raus. Du bist jetzt Raketenwissenschaftler. Egal. Also Ende letzten Jahres sagte sie plötzlich, dass sie mehr Urlaube alleine verbringen wolle. Und nur, und das ist entscheidend, und nur noch einen Urlaub gemeinsam mit deinem kleinen Sohn. Also nicht ihr Sohn, sondern Steiner aus einer vorherigen Verbindung. Korrekt? Genau, das macht Sinn, weil der ist ja auch schon 10. Und einen Urlaub alleine mit mir verbringen wolle. Das heißt, die gütige Frau, also sie ist wirklich gütig. Und eine Heilige. Sie ist gütig und sie ist eine Heilige. Denn sie hat dir, man muss sich das mal vorstellen, es gibt so viele Männer auf der Welt, so viele Männer auf der Welt, aber mit dir würde sie einen Urlaub zusammen verbringen und dann noch einen mit dir und deinem Sohn. Das ist eine Heilige. Wirklich. Weil die hat, das ist Wahnsinn. Ich will das nur nochmal, natürlich ist es logischerweise sarkastisch gemeint, was hier von ihr beschrieben wird ist, sie skizziert ein Frame. Damit haben wir natürlich eigentlich automatisch schon ein Problem. Noch nicht mal unbedingt, weil wir so schreckliche Sexisten und Chauvinisten sind. Noch nicht mal deswegen. Das sind wir vielleicht auch. Aber das Hauptproblem besteht hier an diesem Punkt, dass sie ganz einfach die Spielregeln einseitig diktiert. Und nicht nur, dass sie die Spielregeln einseitig diktiert, sie tut auch schon einen Mangel hervorrufen. Sie bezeichnet sich quasi schon als Ressource, die nicht häufig verfügbar ist. So nach dem Motto, pass auf, Freundchen. Nur, dass du es weißt, ich werde eigene, alleinige Urlaube verbringen und du bekommst nur noch einen mit mir zusammen und einen mit mir zusammen und deinem Sohn. Das war es, alles andere mache ich alleine. Das Problem ist mit solchen dogmatischen Geschichten, deswegen erstmal die Frage, ist es eine dogmatische Person bisher gewesen, die dogmatische Sprüche losgelassen hat, ja oder nein? Teilweise schon. Also passt das zu ihr? Hat dir das gefallen? Okay, kann ja sein, dass es einem nichts ausmacht oder einem gefällt. Hat dir nicht gefallen? Okay, hat dir nicht gefallen. Es steht auch hier später, es missfiel mir damals. Also du schreibst, ich hatte nicht den Mut damals zu widersprechen, also totales Betamann-Verhaltensmuster. Das ist ganz klar, ganz eindeutig. Solche Geschichten bedeuten nichts anderes als, dass man, ja, es ist leider so einfach wie debil. Aber man hat an Attraktivität verloren. Die gemeinsam verbrachte Zeit ist nicht mehr etwas, was Anlass zur Freude ist, sondern etwas, das sie managen muss. Weil eigentlich will sie ihr eigenes Ding jetzt durchziehen und um irgendwie den Spagat hinzubringen, mein eigenes Ding machen, aber diesen Mann noch, noch nicht zu verlieren. Aber der Zweifel ist schon da. Das ist eine Frau, die zweifelt, sonst würde die so Sprüche nicht bringen. Also das würde keinerlei Sinn ergeben, wenn du der Preis bist, dann kann die das nicht sagen. Sie könnte höchstens sagen, oh Schatz, du weißt, ich interessiere mich wahnsinnig für Makrameeulen, Flechten in Neuseeland. Ich weiß, du hast keinen Bock drauf, mir ist es wichtig. Hast du was dagegen, wenn ich da mal eine Woche hingehe und das mache? Da hätte sie gesagt, überhaupt kein Problem, mach das. Aber ich gehe nicht mit, ich habe keinen Bock auf die Makrameeulen. Das ist aber was anderes, dann gehen wir aus einer anderen Richtung aufeinander zu. Sie sagt, einmal würde ich gerne, aber hier geht es darum, ich will mit ihr eigentlich so gut wie keine freie Zeit mehr verbringen, also im Sinne eines Urlaubs, nur noch einmal. Also wie es jetzt eben schon dreimal erzählt wurde. Genau, also man ist nicht mehr der Preis für sie, sondern sie versucht irgendwie, ja man wird so ein bisschen gebencht, heißt es ja neumodisch, so klingt es für mich. Also du wirst auf eine Bank gesetzt, nach dem Motto, wenn ich in den Urlaub gehe, Hubert, weil du heißt jetzt Hubert für mich. Also lieber Hubert, du setzt dich jetzt so lange auf die Bank, bis ich wieder aus meinem Urlaub zurück bin. Und denk dran, nur einmal im Jahr gehen wir beide alleine zusammen im Urlaub. Ich verstehe dein Problem und dein Dilemma als idealistisch liebender Mann oder generell als Mann in der Bindung. Sind wir damit erstmal wehrlos? Wir hören so etwas und fragen dann, das Problem ist noch nicht mal, dass man nichts dagegen machen kann. Das ist noch nicht mal das Problem, weil wir können sie nicht kontrollieren. Es ist unmöglich, dass wir eine Frau, ich bin der Meinung, eine Frau zu erziehen ist Quatsch, es macht keinen Sinn. Es gibt manchmal Kommentare, die auf meinem Kanal auftauchen, wo manche Leute sagen, ja Frauen müssen erzogen werden. Dann denke ich, es mag Frauen geben, die das zulassen, die finde ich aber nicht attraktiv. Weißt du, ich möchte nicht erst eine Frau erziehen, so als wäre die ein Rebell-Bausatz und ich muss den erst zusammensetzen zu Hause. Also ich will, dass da schon ein funktionabler Mensch mit Anstand und allem drum und dran herkommt und vor allen Dingen mit echten, authentischen Begehren. Ich glaube, das für mich, was ich jetzt in meiner Rolle, also ich als meine Person hier drin sehe, ist nicht so sehr, dass du erstmal nicht wusstest, was du damit anfangen sollst. Zu merken und anzuerkennen, diese Frau liebt mich nicht mehr, weil das hat sie nicht getan. Also wir können natürlich sagen, wir können natürlich definieren, was bedeutet Liebe. Also das ist natürlich eine Definitionsfrage. Aber so wie ich es verstehe, als authentisch echtes Begehren, gemeinsame Zeit wertzuschätzen, gemeinsame Perspektiven zu definieren und so weiter, haben wir es hier mit einer Frau zu tun, die versucht, ihre Freizeit vor dem Mann zu beschützen. Also so klingt es. Genau, ich kann das vollständig nachvollziehen, auch, dass die Situation für sie nicht vollständig befriedigend ist. Ich will nur sagen, ich verstehe, dass der Markt heutzutage anders aufgestellt ist. Wenn du in den 50er Jahren O*** gewesen wärst, wärst du abends nach Hause gekommen, die Frau hätte mit der Schürze die Tür aufgemacht, hätte dir die Aktentasche abgenommen und das Abendessen würde auf dem Tisch stehen. Das gibt es nicht mehr. Der Markt ist vollkommen geöffnet. Frauen sind ja auch alles schöne Dinge, die ich denen auch durchaus gönne. Wahlrecht, eigenes Konto, können machen und tun, was sie wollen. Das Problem ist, dadurch tun die natürlich auch immer wieder evaluieren. Hm, ich sitze jetzt hier auf diesem Boot, wie ist es denn auf dem anderen Boot? Der Punkt ist, wenn wir jetzt anfangen, und das ist die Rutschbahn, auf der wir uns befinden, wenn wir jetzt anfangen, bestimmte, ich würde es mal so als Must-Have bezeichnen, also wenn wir jetzt zum Beispiel leibhaftig zusammen jetzt in einem Raum wären, ich als Coach, du als Klient, hätte ich jetzt wahrscheinlich diese, so eine Flipchart, da würde ich hinschreiben, wir definieren jetzt mal zusammen Must-Haves. Dinge, die in deinem Leben überhaupt nicht verhandelbar sind, unter keinen Umständen. Krieg, Hungersnot, Weltuntergang, Armageddon, Moonfall, egal. Es wird nicht verhandelt. Und das ist zum Beispiel deine, also es könnte sein, ich will dir jetzt nichts einreden, aber ich vermute jetzt mal nur, das wären solche Dinge wie die gemeinsame Zeit mit dem Sohn. Weil, wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir nochmal durchdeklinieren, warum dein Sohn für dich so wichtig ist. Nicht mal nur jetzt, nicht nur jetzt, sondern auch als derjenige, der im Idealfall dich begleitet, bis du einmal stirbst. Das ist ja der Wahnsinn. Also du hast in deinem Sohn, also aus meiner Sicht, ich bin ja auch mal Sohn gewesen. Ich habe zwar keine Kinder und dann denken manche Leute, wieso redet er über Familie? Ja, aber ich bin ja in der Familie aufgewachsen. Und ich kann ja auch die Situation umdrehen. Ich als Sohn kann mir gut vorstellen, dass für meinen Vater es sehr wichtig war, dass ich so viel Zeit mit ihm verbracht habe, auch als es zu Ende ging. Und das heißt, dieses Verhältnis, Frauen kommen und gehen, aber gut zusammen verbrachte Zeit mit den eigenen Kindern, wo eine gute, stabile Bindung aufgebaut wurde, ist unbezahlbar für alle Dinge im Leben. Nicht nur, dass du irgendwann, ich sage ja nicht, dass er jetzt nur eine Pflege- und Sterbebegleitung ist, aber all diese Dinge, die in dem Leben gemeinsam mit deinem Sohn, also wie geil das wird, wenn der mal älter ist. Da freue ich mich jetzt schon mit. An deiner Stelle, was da in der Zukunft kommen mag. Die bleibt auch. Genau. So, das heißt, manchmal muss man das Frauen ordentlich unbedingt sagen, die hören sowas nicht ganz gerne, dass sie nicht die Nummer eins sind. Und bestimmte Dinge sind halt auch, sage ich mal, unausgesprochen wahr. Dass sein Sohn die wichtigste, wenn nicht eine der wichtigsten Personen in deinem Leben ist, falls man überhaupt so ein Ranking stellen kann und die Wichtigkeit von ihr übertrifft. Das ist vermutlich so, auch wenn natürlich die Bindung zu ihr eine ganz eigene ist. Das ist ja Liebe, wie gesagt, es gibt die Romantik, sexuelle Liebe, dann die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Der Begriff ist so schwammig, dass es erstaunlich ist, dass wir den überhaupt noch benutzen. Und so meinte ich es eigentlich, als ich vorhin, oder was heißt vorhin, vor ein paar Minuten sagte, da hat sie dich eigentlich nicht mehr geliebt. Und damit meinte ich zu diesem Zeitpunkt, Liebe kann kommen und gehen. Das ist wie ein Blasebald. Manchmal ist die Luft raus, dann geht sie wieder. Und das hat auch immer etwas damit zu tun, wie du selbst halt beurteilt wirst. Und gerade jetzt arbeite ich an einem Rohbeitrag. Der ist noch nicht fertig, kommt vielleicht die Woche mal gucken. Ich muss den noch ein bisschen schneiden, ein bisschen anonymisieren. Und im Endeffekt geht es da um ganz ähnliche Dinge. Das Wichtigste ist, dass wir unser Leben leben. Und dass wir das Bestmöglichste, das klingt so auch leistungsorientiert, so meine ich es gar nicht. Aber manchmal fehlen einem die Worte, dass wir das Bestmöglichste Angebot für die Welt da draußen sind. Aber das werden wir automatisch, indem wir unser Leben gut leben. Gute Luft, gutes Wasser, guter Sport, gute Arbeit, gute Freunde erzeugt automatisch. Automatisch in all diesen Handlungen in unserem Alltag werben wir Stück für Stück, Moment und Augenblick für Augenblick zu einem Leben, was ausstrahlt, was inspirieren kann, was begeistern kann. Das ist die Entscheidung, trinke ich abends Wasser oder drei Bier? Nichts gegen Bier. Und ich will jetzt nicht Wasser abfeiern ohne Ende, aber es sind kleine Entscheidungen. Wie gehe ich mit meinem Leben um? Und das entscheidet man, stehe ich nochmal auf, putze mir die Zähne oder bin ich zu faul? In solchen Momenten entscheidet sich, bin ich ein ernstzunehmender Mann? Oder möchte ich sein, möchte ich bleiben? Oder möchte ich mit schlechten Gewohnheiten sich auf die Rutschbahn des Lebens setzen und das Risiko eingehen, dass ich nicht weiß, ob am Ende Kartons, Kissen, Wasser oder Stacheldraht auf mich wartet? So, und das können wir nur mit guten Augenblicken im Moment machen. Und so meinte ich das. Wenn sie dann wieder Attraktivität für einen empfindet und aus diesem Hypergabenzweifel rauskommt, das kann sie ja machen. Also ich als Mann der Red Pill habe überhaupt nichts dagegen, wenn eine Frau sagt, ach Micha, weißt du was, du bist doof, ja gut, dann gute Reise. Und das ist dann ein halbes Jahr, also bisher haben sie noch nie gesagt, da ist ich doof, obwohl sie es wahrscheinlich alle gedacht haben. Aber wenn sie jetzt nach einem halben Jahr wiederkommen würde, wenn das Angebot, was sie mir stellt, attraktiv ist, wenn sie, weißt du was ich, wenn wir nicht im Schlechten gegangen sind, dann kann ich mir das ja nochmal neu anschauen. Ich muss mich ja selbst nicht verdammen und sagen, nein, du hast einmal gezweifelt, hinfort von dir, Weibsbild. Also warum muss ich ohne Not mich selbst in den Mangel begeben? Und ich glaube, das sehen wir hier bei dir, dass sie mal gezweifelt hat, jetzt weniger zweifelt, aber womöglich immer noch ein Zweifel vorhanden ist. Im gewissen Sinne möchte ich dich da fast beruhigen. Natürlich sind es immer so Sachen, der Mann liebt idealistisch, Frau liebt opportunistisch. Das ist sehr schwarz-weiß, es stimmt nicht immer, aber die Geschlechter neigen dazu. Das habe ich mal gesagt, aber ich finde es eigentlich nicht mehr richtig, deswegen sage ich idealistisch, weil ich glaube, bedingungslos ist es nicht, weil die Frau soll schon irgendwie, zum Beispiel, wie verlieben wir uns eine Frau häufig, erstmal in die Attraktivität, da merken wir auf. Attraktivität ist für uns extrem wichtig, nach dieser Frau drehen wir uns um. Frauen sind auch an der Attraktivität eines Mannes interessiert, aber das ist nicht das Wichtigste. Ein sehr gut aussehender Kerl und DJ, der aber nur zugekokst, zugedröhnt in der Ecke, liegt sein Leben nicht auf die Reihe, kriegt. Klar kann er vielleicht mal junge, partylustige, 21-Jährige flachlegen, aber der wird keine Frau halten können. Das ist unmöglich, weil sie die ganze Zeit merkt, dieser Mann ist ein Versager, der bringt mir nur Probleme ein. Für meine Zukunft ist es kein sicherer Hafen. Und irgendwann mal dreht sich das halt um und dann wird der sichere Hafen, der stabile Mann gesucht, der Berg, an dem man sich anlehnen kann, derjenige, der Probleme löst, auf den ich mich fallen lassen kann, der aber mich natürlich auch ein bisschen providet mit interessanten Erfahrungen. Und da kommt natürlich Status hinzu. Wenn man straßenfähiger ist, hat man einen anderen Status als Raketenwissenschaftler. Das ist ganz klar, mit anderen Möglichkeiten, die das Leben halt so mit sich bringt. Aber sei es drum, ich will gar nicht so sehr ausholen, weil ich muss mich daran erinnern, wir haben begrenzte Zeit. Ich habe mir ein paar Sachen markiert, um ein bisschen Speed zu machen. Ich möchte dich bitten, dass du vielleicht im Hinterkopf noch behältst, weil ihr habt ja jetzt wieder Kontakt, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da Fragen gibt. Es könnte sein, wenn es das gibt, dann musst du mich frühzeitig genug unterbrechen, damit wir die Fragen auch zeitlich gesichert abfrühstücken können. Ansonsten gehe ich jetzt mal eine Markierung durch. Wir müssen ja nicht den ganzen Text vorlesen, ich merke, dass wir so schon gut reden. Genau, also. Jedenfalls hat sie dich ruckzuck verlassen aufgrund eines, sagen wir es mal so, du wolltest eine Dienstleistung buchen. Ich finde es jetzt gar nicht mal so wahnsinnig dramatisch, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, Riesendummheiten sind für mich was anderes, aber das kannst du für dich natürlich anders stellen. Ich habe sehr große, sehr, sehr große Dummheiten gehört und das ist im Vergleich zu dem, was ich mir häufig hier anhören muss, ist es wirklich etwas, wo ich so schon fast mit den Schultern zucke. Also ich sage mal so, wie hat ich sie unten geschrieben? Ja, letztendlich, wir werden wahrscheinlich noch drüber stolpern. Diese Geschichte, etwas, was du angeraumt hast, etwas, was du geplant hast, was du dir vorgestellt hättest, mit einer Dienstleisterin, würde ich es jetzt mal so sagen. Das wäre etwas gewesen, wo sie hätte sagen können, warum zum Teufel? Aber dann, wenn sie interessiert an dir gewesen wäre, dann zu sagen so, ach, okay, das interessiert dich, ist dir das wichtig? Na gut, okay, gut, genau. Ach nee, ach ja. Ich bezweifle, also wie gesagt, das ist ja, wie sie das empfindet, das ist natürlich ihre Sache, jeder trägt seinen eigenen Wertkanon, mit sich spazieren, Wertkodex und du auch, das ist möglich. Ich kann nur sagen, ich habe viel schlimmere Dinge gehört, ich kann nur sagen, jetzt redet ihr ja jetzt auch drüber. Das heißt, nach all der Aufregung ist es offensichtlich doch zu einem Thema geworden, was ich mir eigentlich von Anfang an gedacht hätte, ja, mein Gott, da redet man halt mal drüber. Also ob du es jetzt früher hättest gesagt oder ein bisschen, man hätte auch sagen können, ja, mein Gott, ich habe halt Sorge, wie du darauf reagierst, wie es halt ist, mein Gott. Es war kein böser Hintergedanke, du wolltest ja jetzt nicht eine langjährige Affäre aufbauen, damit hat es ja gar nichts zu tun. Das ist ja nicht, dass sein Herz auf Reisen ging, sondern es ging um ein körperliches Bedürfnis, was du gehofft hast, auf diese Art und Weise zu erledigen. Und das ist, ich weiß es nicht, sie sitzt jetzt auch nicht hier, um sich zu verteidigen, aber für mein Empfinden wurde das ein bisschen aufgeblasen, was halt auch ein bisschen für mich verdächtig klingt, weil ich ja ein bisschen der Kommissar der roten Pille bin. Da werde ich immer ein bisschen empfindlich, wie schnell die, und das hast du ja selbst geschrieben, von einer auf die anderen Minute macht die Schluss, fängt eigentlich schon an, die Bude auszuräumen, redet nicht mehr mit dir, Kontaktabbruch. Genau, richtig, glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht, glaube ich nicht. Wenn sie nicht eh schon in dem, was ich Hypergamer Zweifel nenne, nicht drin gewesen wäre, dann wäre das eine Petitesse gewesen. Das wäre schockierend. Sie hätte vielleicht gezetert, Mordio gerufen, geheult, wütend gewesen, aber sie hätte gesagt, red mit mir, was ist los mit dir? Was ist irgendwie im Dialog geblieben? Eigentlich so, ah, okay, ich bin eigentlich eh schon mehr oder weniger an irgendeinem Punkt gewesen, jetzt macht er das wunderbar. Das bietet mir eigentlich das Narrativ, um rauszugehen mit einer guten Begründung. Ich habe eine gute Begründung, die ich ihm um die Ohren ballern kann. Es hat mich auch wirklich verletzt, aber es dient mir jetzt halt auch Begründung. Und deswegen könnte man sagen, ja, du, also man könnte es umdrehen, nur hat man natürlich keinen Beweis, aber man könnte es eigentlich umdrehen. Du wirfst mir vor, dass ich nicht offen und ehrlich mit dir umgegangen bin, aber ich vermute, du gehst auch gerade nicht offen und ehrlich mit mir um. Weil das Problem ist nicht gar nicht unbedingt diese Form von körperlicher Zuwendung, die ich hier für eine Stunde mal buchen wollte, sondern es geht bei dir eigentlich schon viel, viel tiefer und viel, viel weiter. Und nur mal fürs Mikro, falls es ein Rohbeitrag werden sollte, es geht hier nicht um eine Nutte. Es geht nicht darum, dass du eine Prostituierte gebucht hättest. Das ist es nicht. Deswegen, aber ich will nicht zu viel drauf rumreiten. Ich finde es nur verdächtig. So, hier steht, als sie mich zwei Wochen nach der Trennung entblockierte, bin ich in die Kontaktsprache gegangen, habe gekämpft, mich nicht zu melden. Da die Wut auf mich extrem groß war, denke ich, meine, warum? Als hätte sie ihre Mutter beleidigt oder ihre Vorfahren, ihre Katze ertränkt. Also, was ist los? Jeden Abend, wenn ich nach Hause kam, waren mehr und mehr ihre Sachen ausgeräumt und ich jeden Tag am Boden zerstört. Der letzte Auszug war dann und dann, an dem sie die letzten Möbel abgeholt hatte. Ich habe dazu geschrieben, für ihre Narrativ, sich von dir zu verabschieden, was sie mit der Selbstverwirklichungskiste, mit ihren Urlauben begann. Also, ich habe das Selbstverwirklichungskiste genannt. Dieses, ich muss alleine Urlaube machen. Das kann natürlich so beschrieben werden. Das muss ja irgendwie begründet werden. Ich kann mir vorstellen, dass sowas gesagt wurde wie, ich will mich selbst erfahren. Irgend so ein Rotz wird dann gebracht. Als wäre es ein Positivsymptom. Also, positiv, du kennst das ja, die Begrifflichkeiten. Positiv- und Negativsymptomatik. Es wird hingestellt als eine Positivsymptomatik. Ich möchte mehr in meinem Leben und deswegen muss ich diese Selbstverwirklichung machen. Wenn es aber eigentlich eine Negativsymptomatik ist, meiner Meinung nach, nämlich, ich will weniger von dir. Ich will weniger Bindung. Aber es wird was anderes gesagt, als es eigentlich ist. Deswegen kommt es mir so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass es das Übliche, was kommt. Ja, ich will mich entfalten. Ich brauche Zeit für mich. Das ist immer dieser Scheiß. Was soll das überhaupt bedeuten, Zeit für dich? Bisher haben wir auch Zeit zusammen verbracht. Das war okay. Was heißt Zeit für dich? Das bedeutet, ich möchte Zeit verbringen, wo du mich nicht beobachtest und kontrollierst. Verdächtig. So in einem gewissen Maß. Wenn die halt einmal die Woche Klavierunterricht hat, soll sie gehen. Aber wenn das halt in diesem Maß zunimmt, wird es verdächtig. Also, für ihre Narrativ, sich von dir zu verabschieden, was sie mit der Selbstverwirklichungskiste, mit ihren Urlauben begann und offenbar gemeinsame Urlaube nur noch als notwendige Pflichten, die sie genedigt erledigt empfand, kam ihr diese Geschichte mit dieser Buchung, die du angestrebt hast. Gerade recht. Jede andere Frau, die ihren Mann liebt, wäre vielleicht erschrocken gewesen und womöglich verletzt. Aber es werden Gespräche gefolgt. Fragen. Irgendwas. Deine jedoch nutzt diesen Wind, um aus dem Hafen mit voller Kraft zu segeln. Das Verhalten ist die Botschaft. Das hatte ich dazu geschrieben. So, ich mache gleich weiter. Oder hast du eine Frage? Okay, gut. Ich war wirklich stark und hatte es gut durchgehalten. Also es geht um die Kontaktsperre. Sporatisch vereinbarten wir, dass sie den gemeinsamen Schlüssel in der Wohnung liegen lassen solle. Genau, ich habe dazu auch noch geschrieben, als hättest du sie jahrelang betrogen. Was für ein Affentheater. Als müsste man sich jetzt nicht begegnen, Schlüssel irgendwo liegen lassen, als wärst du radioaktiv. Also extreme Abstoßungsreaktionen, die ich übertrieben finde. Also ich finde es für dich natürlich erst mal gut. Weißt du, also je weniger Ex, je besser. Es ist, wie es ist. Also ich meine, ja, ja. So einen Auszug will man nicht erleben. Nein, klingt nicht blöd. Man will nicht daneben stehen. Und manche Leute schreiben auf dem Kanal hin und wieder in den Kommentaren, ha, wieso kann die so kalt sein? Ich höre nichts mehr von ihr. Und dann antworte ich in aller Regel, sei doch froh. Sei froh, dass du eine kalte, klare Trennung serviert bekommst. Weil natürlich fühlt sich das nicht gut an. Aber welche Trennung fühlt sich denn bitte gut an? Es geht doch nicht darum, dass sich das gut anfühlt. Scheiße fühlt sich so oder so an. Die Frage ist nur, in welche Hölle willst du kommen? Willst du in die kalte, kühle, abwesende Hölle? Oder willst du in die Hölle, in der du siehst, wie gut sie drauf ist? Dass sie einen neuen Haarschnitt hat. Dass sie sich neu einkleidet. Dass sie angeblich das nächste Wochenende keine Zeit hat, weil ohne Gründe... Willst du all das wissen? Willst du das sehen? Nein. Niemand sollte das sehen. Weil es nichts bringt. Das hat keinen eigenen Benefit. Das bringt einem nichts. Wenn ich mich dazu entschließe, nach einem Abendessen einen Spaziergang von einer halben Stunde anzustreben, dann hilft mir das bei vielen Dingen. Nachdenken, Verdauung, Bewegung, mehr Schritte. Weiß Senker. Das hat diversen Benefit. Aber die Ex zu beobachten, wie sie auszieht, hat keinen Nutzen für nichts. Für dich war es so kurz. Für sie war es vorbereitet. Also das glaube ich. Richtig. Genau. Und das ist eigentlich das Schöne. Also du als Raketenwissenschaftler wirst wissen, wenn es in deinem Beruf so etwas wie die Kontaktsperre gibt, das Schweizer Offiziersmesser für jede Situation wäre doch geil. Aber in Bezug auf Trennung ist es immer gut. Es ist nie falsch. Es ist vielleicht mal nicht ganz so falsch oder etwas weniger gut oder so. Aber es ist auf jeden Fall nie falsch. Es ist nie falsch, in die Kontaktsperre. Möglich, genau. Gute Formulierung. Es könnte weniger angebracht sein. Aber es ist dein gutes Recht. Ein Mensch trennt sich von dir. Dann hat man jeden Grund, jede Legitimation dazu zu sagen, okay, du willst die Bindung auflösen. Das kannst du tun. Aber dann sind wir jetzt hier nicht mal auf einer Beziehungsebene. Dann sind wir auf der Ebene, wir haben uns mal gekannt. Wer nimmt den Hasen? Das kann man dann auch regeln. Das heißt, gutes Recht. Man kann sich zurückziehen. Man muss Dinge nicht mehr ansehen. Man kann reflektieren. Man kann heilen. Ja, es ist wie eine Erkrankung. One-Night-Its, Trennungsschmerz. All diese Dinge sind für mich existenzielle Bedrohungen. Es gibt Leute, die tun schlimmste Dinge innerhalb von Trennungsphasen. Schlimmste, schlimmste Dinge. Die Kriminalstatistik. Die meisten Morde sind Beziehungstaten. Das ist das Interessante, was du sagst. Der Mensch lebt noch, aber irgendwie ist er gestorben. Und ich glaube, dass es genau das ist. Ich glaube, dass es halt irgendwie Trennungsschmerz, muss ja irgendwie einen bioevolutionären Vorteil unseren Vorfahren gebracht haben. Sonst wäre das ja nicht so eine intensive Emotion. Warum haben wir denn so eine intensive Emotion, wenn sie keinen Nutzen bringt, sondern uns eher heutzutage verdammt? Ich glaube, früher war es ein Nutzen. Wenn die nicht vom Bärenpflücken nach Hause kamen, dann hast du Trennungsschmerz erlebt und bist losgerannt, um die zu suchen, weil die vielleicht in einem Bach umgeknickst ist und kann sich nicht mehr bewegen, gefangen genommen wurde, hat sich verletzt, hat sich verlaufen, weiß der Henker was. Und ich glaube, dass da unser Trennungsschmerz bekommt aus den ganz erscharchen Erlebnissen unserer Vorfahren. Und das war arterhaltend, dass wir, und deswegen sage ich ja, dass Trennungsschmerz Todesangst ist. Die Angst davor, dass das Gegenüber gestorben ist oder dass auch ich sterbe, weil unsere Gruppe ist auseinandergefallen. Mein soziales Netz stirbt, ist weg und jetzt bin ich alleine in der Wildnis. Und ich glaube, dass das immer noch in unserem Schädel so am Arbeiten ist, weil es gibt kaum eine intensivere Emotion für Menschen wie Trennungsschmerz. Es ist aber sowas wie Blackout bei einer Prüfung. Weißt du, mündliche Prüfung, Puff, alles vergessen, hoppla. Auch das ergibt heute keinen Sinn mehr. Aber es ist halt Fight of Light, Adrenalinausstoß, Kämpfen oder Fliehen. Das sind ascharische Regungen, die uns heute nichts mehr bringen. Wir sind halt immer noch alte Wesen in der neuen Welt. Diese Empfindung ist leider vollkommen nutzlos. Sie bringt nichts. Was sie vielleicht bringen kann, also höchstens kann es etwas, dass man anfängt, über sich selbst nachzudenken. Dann kann es wie so ein Außenbordmotor sein, den wir an... Das kann dazu führen, dass unser Leben noch mal Gas gibt, in welcher Form auch immer. Deswegen kann es möglich sein, dass das unfassbar motiviert, aktiver zu werden, mehr Interesse für andere Lebensbereiche zu entwickeln, als davor, weil es wie ein Wake-up-Call ist. Aber ansonsten ist es erstmal so, als unmittelbare Empfindung nutzlos, weil die ist nicht gestorben, die ist nicht verletzt, auch du nicht. Nichts ist passiert, nur die hat keinen Bock mehr auf einen. So, also dann soll sie gehen. Deswegen ist die Kontaktsperre für mich die einzigst logische Geschichte. So, hier unten habe ich noch geschrieben, ihr geht es beschissener als die Vor... Also schreibst du, sie hätte sich gewünscht, dass irgendwas passiert und ich wieder da wäre. Ja, sie so, ach, ich vermisse dich so. Ich habe gehofft, dass du mich auch vermisst, möglicherweise. Wieso hast du nicht um mich gekämpft? Das sagen sie dann gerne. Und dass ich ihr die Angst nehmen würde, dass sowas, wie ich es getan habe, nicht nochmal vorkommen würde. Also sie will jetzt natürlich, warum, warum hast du es nicht getan? Warum hast du nicht gekämpft? Nimm mir doch die Angst. Dann stellt sich die Frau wieder hin als hilfloses, wehrloses Geschöpf. Was nicht verantwortlich ist für die eigenen Empfindungen, sondern du, du hast nicht gekämpft. Du musst mir die Angst nehmen. Die Unterverantwortung, also wie ich finde, ist es die Unterverantwortung der Frau, die dann gerne wieder zum Marktplatz getragen wird. Ja, aber du hättest doch um mich kämpfen. Das ist so, Alter, du weißt, wo ich lebe. Wenn du was von mir willst, ruf mich an. Ja, du hättest kämpfen sollen. Es ergibt keinen Sinn, weil ich auch glaube, dass es gar nicht darum geht. Worum es hier geht, ich habe geschrieben, ja, sie wünschen sich immer alles Mögliche an Aufmerksamkeit. Denn das ist ihre Währung. Also der Wert einer Frau wird dadurch bestimmt, wie viel Aufmerksamkeit sie bekommt. So, wenn sie keine Aufmerksamkeit bekommt, deswegen müssen die, das tut mir wahnsinnig leid, deswegen müssen die immer stundenlang mit ihren Freundinnen telefonieren. Keine Ahnung. Die müssen sich gegenseitig mit Aufmerksamkeit versorgen. Ich als Mann, keine Ahnung. Ich kenne viele Männer, die es nicht brauchen. Die können sich sehr gut mit sich selbst in ihrem Keller mit dem Schraubenzieher beschäftigen. Frauen ständig, gib mir Aufmerksamkeit, ich habe so wichtige Emotionen. Rede mit mir darüber. So, natürlich ist es doof, habe ich geschrieben, wenn das gescholtene Männlein frech genug ist, sie nicht mehr zu validieren, nachdem sie sich von ihm getrennt hat. Aber hätte es etwas geändert, ihr Ego ist verletzt. Aber niemand hat sie gezwungen, so derart, von jetzt auf nachher, Trennung und Kontaktabbruch sowie sukzessiven Auszug durchzuprügeln. Das war ihre eigene Entscheidung und dann soll sie sich bitte nicht beklagen. Und ob wir so eine Ansprache zu ihr halten, ist gar nicht mehr so wichtig. Ich sage noch nicht mehr so, wir müssen mit denen zu reden. Das Wichtigste ist, und jetzt komme ich zu dem Anfang unseres Gesprächs zurück, das Wichtigste ist, dass man erkennt, dass man erkennt, aha, offensichtlich hat sie kein Interesse, offensichtlich hat sie schon länger gezweifelt, offensichtlich geht es jetzt hier nicht um diesen einen Termin, den ich ausmachen wollte, offensichtlich geht es darum nicht. Offensichtlich hat sie schon länger daran geplant. Wie könnte es anders sein? Ja, dann soll sie es machen. Das ist Erkenntnis. Wenn wir diese Erkenntnis nicht hätten, würden wir denken, nein, ich hätte das niemals machen sollen, bitte vergib mir, verzeih mir, was kann ich tun? Und dann wären wir permanent in der blauen Schuld, würden uns ohne Ende unterwerfen und sie würde sukzessive immer mehr Ekel vor uns empfinden, weil wir uns beta-isieren. Und das ist zwangsläufig. Frauen ekeln sich vor Betas. Massivst. Es gibt nichts Abstoßenderes für eine Frau als, es fällt vollständig widerlich, vor allen Dingen noch schlimmer ist es, wenn der eigene Mann, in den man Jahre investiert hat, sich als Lusche herausstellt, weil dann hat sie wertvolle Zeit ihres Lebens verbracht mit jemandem, den sie so einfach beta-isieren konnte. Und damit das nicht passiert, müssen wir das verstehen. Dafür ist die rote Pille hilfreich. Sie ist dafür da, um zu begreifen, wie der Mechanismus der Geschlechterdynamik funktioniert, was Frauen attraktiv finden und was nicht, was Männer attraktiv finden und was nicht, wie Männer lieben und wie Frauen lieben. Das ist komplett unterschiedlich. Und hier war nur ihr Ego verletzt. Da kann die viel sagen, ja, warum hast du nicht gekämpft? Also pass mal auf, ich wollte eigentlich eine erwachsene Frau. Bist du eine erwachsene Frau? Willst du mich? Dann sag es mir. Dann zeig es mir. Weil du hast mich verlassen. So rum steht hier nämlich, also hier muss niemand um irgendjemanden kämpfen. Du musst mir nur zeigen, dass du dich willst. Gut, aber das muss enden. Sorry. Genau, aber gut, pass auf, ich muss jetzt aber erst mal was sagen. Mit diesen Vorwerfen hat die jetzt einfach ein für alle Mal die Schnauze zu halten. Ich kann es nicht deutlicher ausdrücken. Ich kann es nicht deutlicher sagen. Nee, das wird auch nicht mehr besprochen. Ja, das war schon zweimal zu viel. Das war schon zweimal zu viel. Dreimal entschuldigen ist zweimal zu viel. Ja, einmal reicht. So willst du einen Daumen? Ich kann dir Entschuldigungen, es gibt so Zettel in Supermärkten, Fahrrad zu verkaufen. Dann hängen zehn Zettel unten dran mit Telefonnummern. Ich kann dir sowas machen. An jedem Tag kannst du einen Zettel abreißen, ist deine Schuld. Was bringt dir das? Das Einzige, was sie hören will, ist, dass sie Macht über dich hat. Und deswegen will sie hören, dass du dich schämst. Und damit du ja weißt, dass du schuld bist. Nein, Mädchen. Ich erkenne an, dass ich hier mit dir darüber hätte reden sollen, über diese sexuelle oder was auch immer Vorliebe, die ich habe. Das hätte ich tun können. Lass mich ganz kurz mal ausreden. Das hätte ich tun können. Ich hätte wirklich mit dir darüber reden können. Aber, dass ich das gemacht habe, mehr oder weniger hinter dir, das war der Fehler. Für diesen Fehler habe ich mich entschuldigt. Es ist natürlich sinnvoller in der Beziehung, womöglich, wenn wir das jetzt hier so untereinander agreeen und uns darüber einkommen, dass sowas immer besprochen werden muss, gut, dann tun wir das halt. Und dann tut es mir leid, dass ich diese Regel, die wir gemeinsam mal aufgestellt haben, gebrochen habe. Aber, das habe ich dann und dann gemacht und ich werde es jetzt nicht jedes weitere Mal tun, weil das ist jetzt Geschichte. Du hast etwas gesagt, ich habe mich entschuldigt. Wenn du mir nicht verzeihen kannst, wenn du das immer wieder nutzen willst, um mich hier immer wieder zurück auf meine Matte zu schicken, man könnte es auch andere Worte nutzen, wenn du das benutzen willst die ganze Zeit, um mir immer wieder meinen Platz zu zeigen, um mir wieder zu zeigen, die ganze Zeit, dass du es jederzeit nutzen kannst, wenn du irgendwie mal schlechte Laune hast und mich anzickern willst, all diese Geschichten, das wird nicht funktionieren. einmal gesagt, einmal entschuldigt, wenn du nicht damit aufhören kannst, werde ich dich verlassen. Ganz einfach. Ich werde mich nicht mit einer Frau treffen, die regelmäßig mir mit so einem Schwachsinn daherkommt. Also ich meine, das kann man viel geschickter und so weiter ausformulieren. Ich will dir nur das Mindset geben. Das Mindset bedeutet, es wurde besprochen, es ist vorbei. Absolut. Ne, es reicht. Da musst du aufstehen und gehen. Wirklich, ich kann es nicht deutlicher sagen. Deine Zeit. Gar nichts ist schwer. Gar nichts ist schwer. Sei still. Überhaupt nichts ist schwer. Sei still. Ich habe dir gesagt, hallo, sei still. Nochmal, sei still. Überhaupt nichts ist daran schwer. Was du dir da einredst, ist eine totale Illusion. Es könnte nichts leichter sein. Und das meine ich, wo ich vorhin sagte, wir müssen jetzt hier eigentlich wie so etwas, so eine Flipchart haben oder was, wo wir hinschreiben, was ist wichtig, was ist nicht verhandelbar. Nicht verhandelbar ist die Zeit mit deinem Sohn, die fest geplant ist, die wichtig ist, weiß dahin gar was. Und was auch nicht verhandelbar. ist, dass deine Zeit wertvoll ist. Du hast mir erzählt, was du alles zu tun hast, alter Raketenwissenschaftler und Vater eines Sohnes. Ja, du lachst, du lachst, aber ich weiß, dass Raketenwissenschaftler sehr viel zu tun haben und große Verantwortung. So, also ist deine Zeit verschissen noch mal wertvoll. Unfassbar wertvoll. Die brauchst du auch zur Rekonvaleszenz, weil wenn du an der Rakete einmal den Schalter, nicht nach links, sondern nach rechts legst, dann explodiert die Scheiße und jemand stirbt. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass deine Zeit wertvoll ist. Und wenn sie deine wertvolle Zeit, die du mit guter Luft, gutem Wasser, guten Menschen, guten Aktivitäten, guter Erholung, einem guten Buch, einem guten Film, weiß der, gepostet hast, dich von mir getrennt hast, ohne ein weiteres Wort, von einer auf die nächste Minute, was ist denn das für eine Trennung? Ich bin ein Mensch, ich bin kein Computer, wo du sagst, herunterfahren. Man kann mich nicht herunterfahren, verdammt noch mal. Du hast unsere Beziehung weggeworfen, wie Bioabfall. Können wir darüber mal reden? Weil das ist hier das Problem, nicht das, wofür ich mich entschuldigt habe. Hast du dich schon dafür entschuldigt? Hast du gesagt, entschuldige, dass ich ohne ein weiteres Wort dich verlassen habe? Dass ich ausgezogen bin und dass ich jetzt wieder angekrochen komme, weil ich niemanden besseren gefunden habe? Hast du dich dafür entschuldigt? Nein. Also halt mir keine Vorträge. Darum geht es. Wirklich, Hubert. Ich nenne dich ja Hubert. Wirklich, ich beschwöre dich. Du musst aus dieser Position raus, wo du unter ihr kniest. Das ist ekelhaft. Du musst sagen, das, was ich in Anführungsstrichen getan habe, was so wahnsinnig schrecklich war, es tut mir wahnsinnig schrecklich, ich kann es doch nicht mehr ernst nehmen. Es fällt mir schwer, ich kann noch nicht mal sie verstehen. Häufig kann ich sie verstehen, aber ich kann sie in diesem Fall, ich kann dieses Drama nicht verstehen, was sie ja aufbläst. Ich kann es nicht, weil sie war auch nicht offen zu dir. Sie hat gezweifelt, sie hat mit diesem Schwachsinn angefangen, wie, ja, aber nur noch ab und zu mal mit die Urlaub, ansonsten mache ich jetzt alles alleine. Sie hat mit diesem ganzen, mit diesen Trennungsbotschaften, hat sie doch angefangen, das sind doch keine Bindungssignale, es waren Trennungssignale. Und dann macht sie von jetzt auf nachher Schluss. Sie trifft meiner Ansicht nach viel mehr Verantwortung in Bezug auf das Regelbuch einer monogamen Beziehung als dich. Weil du wählst dich, du wählst dich regelgerecht, wie es die Blupil immer gerne hätte, du wählst dich als braver Mann vor ihr im Unrat, um dich permanent zu entschuldigen. Und das hast du jetzt lang genug gemacht, damit hörst du auf, ich verbiete es dir. Ja, wenn ich dir das verbieten kann, bitte lass es mich dir verbieten. Ich verbiete dir, weiter dich dafür zu entschuldigen. Sondern eher zu sagen, können wir jetzt die Vergangenheit ruhen lassen? Weil wenn du es nicht kannst und sagen kannst, dass wir ab jetzt gute Zeit miteinander verbringen, weil wir uns ja angeblich so wichtig sind. Wenn du das nicht hinkriegst, will ich keine Zeit mehr mit dir. Ich will es nicht mehr. Weil mich das belastet, es bringt mir nichts, es kostet mich Kraft und Energie und die habe ich nicht. Was ich möchte ist hier etwas, das funktioniert und gut ist. Für was anderes habe ich keine Zeit. Bist du bereit zu arbeiten und zu investieren und mal die Vergangenheit ruhen zu lassen? Ja oder nein? Und wenn sie sagt, ja, 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 nee, ich will nur hören. Ja oder nein? Okay, dann nein. Ja, dann ist aber jetzt vorbei. Und das meine ich damit, du musst bereit dazu sein. Phase. Es ist eine Phase, okay. Ja, dann soll sie sich Gedanken machen in einem ihrer Urlaube. Aber nicht in deiner Anwesenheit. Die Gedanken hören auf. Wenn du hier bist, haben wir eine gute Zeit. Wenn du dir Gedanken machen willst, mach es alleine. Du tust gerade so, als wärst du arbeitslos. Als hättest du keinen Sohn. Als hättest du keine Hobbys. Als wärst du ein fettes, faules, altes Schwein, was nur auf der Couch liegt und froh ist, dass eine Frau vorbeikommt. Du hast keine Zeit für so einen Scheiß. Wenn die sich... Ich will mir Gedanken machen, ob ich dir vertrauen kann. Dann mach es. Schreib es in dein verschissenes Tagebuch. Das ist in Ordnung. Red mit deinen Freundinnen bei Biskuit da drüber. Schau dir Bridget Jones an. Isst Vanilleeis. Ich weiß es nicht. Schreib mir Briefe oder lass es bleiben. Aber wenn wir zusammen Zeit verbringen, wenn du mir nicht vertrauen kannst, ich kann es nicht ändern. Ich bin ich. Ich lebe mein Leben. Ich habe keine Zeit für diese halbgare Scheiße. Das muss dein Mindset sein. Dann musst du sie nicht so anbrüllen, wie ich dich jetzt. Ich mache es stellvertretend. Ich kanalisiere diesen ganzen Frust, den ich da raushöre. Und weil mich sowas einfach zornig macht, wenn ich sowas mitbekomme, wenn ich sowas höre. Es macht mich zornig. Weil es nicht gerecht ist. Du tust dich ungerechtfertigt unter Wertverkaufen. Du bist ein Mann von extrem hohem Wert. Von hoher Verantwortung. Du hast einen Sohn. Du hast ein großartiges Verhältnis zu deinem Sohn. Was du mir erzählt hast, ist fantastisch. Das waren nur ein paar kurze Worte, aber es reicht. Ich weiß Bescheid. Du bist ein Mann, der wirklich etwas beiträgt. Wirklich der Gesellschaft etwas beiträgt. Wirklich. Und du hast es nicht verdient, dass du die freie Zeit, die wichtig ist, so erträgst. Wie gesagt, das ist nur das Mindset. Du wirst sie jetzt wahrscheinlich nicht anpfeifen. Du bist gar nicht der Mann dazu. Das ist auch nicht schlimm. Das ist gar nicht despektierlich gemeint. Das muss zu einem passen. Aber es muss auch einfach sein. Pass auf, ich möchte dich jetzt bitten. Kannst du die Vergangenheit jetzt ruhen lassen? Ja oder nein? Wir haben ja auch Geschichte zusammen. Weißt du, das braucht dir jetzt nicht zu tun, als hättest du drei Nutten nebenher gehabt über 20 Jahre hinweg. Ja. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. So. Also, wo ist jetzt hier das große Vertrauensproblem? Ich sehe es nicht. Und wenn sie das so überbewertet, muss man sich die Frage stellen, ob ihr Kompass richtig eingestellt ist. Ob sie den richtigen Fokus hat. Weil das ist übertrieben. Ich finde das nicht gerechtfertigt. Natürlich kann sie zweifeln. Ich meine, wir können ihr nicht verbieten, dass die so oder so drüber nachdenkt. Das sage ich ja. Aber dann soll sie es woanders tun. Bei jemand anderem und sich schlaue Gedanken machen. Irgendwann wiederkommen. Wie auch immer. Aber die Kontaktsperre ist dafür da, um gesund zu werden. Wenn sie sie aber nutzt, um ab und zu mal mit dir zu kuscheln und dich dann dafür bezahlen zu lassen mit ihrem ständigen Zweifel, dann ist es das nicht wert. Nee. Der Klassiker ist eigentlich Freeze. Die Sache zu freezen. Weil diese Frau zeigt dir nicht genügend Interesse, ist nicht genügend angezogen an dich. Also von dir klingt so bescheuert, so als wärst du irgendwie nicht attraktiv genug. Darum geht es nicht. Es ist irgendwie, für sie gibt es bizarrerweise diverse Probleme in der Bindung zu dir. Und ich finde, und da bin ich radikal, ich bin kein Paartherapeut und verdammt nochmal, ich werde es niemals werden. Ich werde niemals ein Paartherapeut werden. Niemals. Ich finde, das ist eines der aufgeblasensten Dinge, die es überhaupt gibt. Manche Dinge sind sehr, 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 sehr einfach. Wir brauchen Paartherapeuten, weil wir glauben, wir könnten nicht ohne diesen anderen Menschen leben. Das ist ein Irrglaube. Das mag eine gewisse Zeit lang dauern, aber wir können auch gut, ohne diese Frau, ohne diesen Mann, ohne was weiß ich, können wir eines Tages leben. Das können wir. Die Frage ist einfach nur, was ertragen wir dafür? Und hier klingt es immer daraus, du sagst, ich habe darum gekämpft, ich habe daran gearbeitet. Aber auch das, auch diese, eigentlich möchte ich mich selbst aufheiken für meine alten Sprüche. Es geht nicht um Arbeiten. Wir müssen an Beziehungen arbeiten. Das ist ein allerwelts Schwachsinnsbegriff. Was sollte es denn überhaupt bedeuten? Lass uns an der Beziehung arbeiten. Pass mal auf, zwei Leute verbringen zusammen Zeit, wenn sie Lust aufeinander haben. So. Wenn sie keine Lust mehr aufeinander haben, verbringen sie keine Zeit mehr miteinander. So einfach ist es. Und wenn sie trotzdem Zeit miteinander verbringen, obwohl sie eigentlich gerade auf dem Weg sind zu realisieren, dass sie eigentlich keine richtige Lust aufeinander haben, dann fühlt es sich so an, wie es sich gerade für dich anfühlt. Die kann dich noch nicht loslassen, aber die will auch nicht bei dir sein. Aber das ist ihr Problem. Es ist nicht deines. Kennst du den Begriff des Problembesitzes? Problembesitz bedeutet, wir müssen in der Regel immer überprüfen, wer besitzt eigentlich hier gerade das Problem? Sagen wir mal, dein Sohn. Ja? Dein Sohn ist in Bio schlecht. So. Bringt immer schlechte Bio-Noten nach Hause. So. Wer hat jetzt das Problem? Du oder er? Es ist vielleicht deine Verantwortung, ihn zu unterstützen und nach Wegen zu schauen, wie kannst du deine Bio-Noten verbessern? Aber letztendlich kann er nur das, was er kann. Aber manche Leute machen alles zu ihrem eigenen Problem. Die sagen, ach nein, du musst jetzt besser in Bio werden. Ich will aber, dass du. Und völlige Unzufriedenheit, weil der immer die falschen Noten nach Hause bringt und dann ruinieren wir uns das Leben deswegen. Vergleich hinkt jetzt, wenn ich ein bisschen Zeit hätte, würde ich noch ein paar bessere finden, aber auch hier ist es ihr Problem. Wenn sie zweifelt an dir, ist das ihr Problem. Mach es nicht zu deinem. Du besitzt das Problem nicht. Du machst dir Probleme zu eigen, die nicht deine sind. Du liebst sie. Du telefonierst gerade mit mir. Du willst sie haben. Du hast dich entschuldigt. Mehrfach. Übergebühr. Ohne Not. Viel zu viel, meiner Ansicht nach. Aber das war nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass sie zweifelt und sich unsicher ist. Das ist aber ihr Problem und es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen für sie, weil du es nicht kannst. Die müssen aus eigenem Anlass, aus eigenem Interesse den Weg zu einem zurückfinden oder sie lassen es verdammt nochmal bleiben. Genau, wahre Liebe. Genau, wahre Liebe. Also was ich gesagt habe, ich habe das so formuliert, wahre Liebe ist mühelos. Ja, es klingt schön, soll eigentlich nicht schön klingen. Wahre Liebe klingt romantisch. Das meine ich aber eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich wie so ein Checksatz. Es ist wie ein Mantra, wo du kurz überprüfst, wenn du eine Frau triffst, datest und so weiter. Ja, ich weiß nicht. Ja, habe ich Zeit. Ach nee, irgendwie. Ja, vielleicht später. Ach, heute geht es. Und dann irgendwie, ja, eigentlich bist du ja doch ganz nett, aber ich muss überlegen. Dann ist es Quatsch. Weil, wenn sie Lust hat, hat sie Lust. Da müssen wir nicht drüber reden. Weil sie wird es dir zeigen. Die Situation einfrieren. Einfach nichts machen. Da kommt ihr aus dem Picker. Also wenn du, sage ich mal, jetzt so vier Nummern hast, du textest mit vier Frauen, datest nebenher, drehst Teller, Spinning Plates und so weiter, um einfach zu schauen, so welche ist. Und dann könnte es halt eine sein, dass eine überhaupt nicht responsive ist. Man schreibt ihr auf WhatsApp, hey, Baby, oder irgendein Blödsinn, was halt Kerle schreiben. Und wenn die nicht responsive ist, ist sie nicht responsive. Dann wird die gefreezt. Und das bedeutet, wenn sie wieder von selber auftaucht, dann können wir wieder den Kontakt pflegen. Aber wir selbst, wir tun gar nichts mehr. Wir geben nichts rein. Wir haben uns genügend engagiert. Ab jetzt wird nicht mehr engagiert. Es ist eigentlich so wie, wie bei dir in deinem Beruf. Wenn eine, jetzt muss ich versuchen, das zu übertragen, fürs Mikro ist immer lustig. Als wenn du deine Rakete hast, ja, und die Rakete zündet nicht mehr von selbst. Ja, und du versuchst sie immer zu zünden. Sie zündet auch nicht mehr von selbst. Dann ist die Rakete halt kaputt. Geht nicht. Finito. Dann muss sie halt leider runter. Dann muss eine andere hingestellt werden. Weißt du, wir können die nicht ewig zünden. Irgendwann mal geht es halt nicht mehr an. Irgendwann mal gibst du den Funken in die Situation und dann muss aber die Reaktion folgen von selbst. Und die Rakete muss fliegen. Und so ist es eigentlich im Vergleich jetzt auch mit der Frau. Du hast wahnsinnig viel mit deinem Feuerstein und Stahl zitt, 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 Funken in die Bindung geschossen, um sie wieder anzuzünden. Gemeinsame Zeit, Kuscheln, Küssen, dieser ganze Spaß und immer kommt sie an mit dem Ja, aber ich bin immer noch so wütend auf dich. Ich weiß auch nicht. Ich kann dir noch immer nicht vertrauen. Dann geht das Feuer aber nicht an. Dann ist das Holz zu nass oder zu trocken oder weiß der Henker was. Dann müssen wir es aber bleiben lassen. Weil The juice ain't worth the squeeze. Es ist ein Spruch von Rich Cooper. Der ist wahrscheinlich auch nicht von ihm, aber zumindest er benutzt ihn im Kontext mit Frauen. Manchmal ist es die Arbeit nicht wert. Es ist die Mühe nicht wert. Und dann muss sie von selbst wirklich irgendwo zu Potte kommen. Und dazu ist manchmal eine Ansprache ganz gut. Ständig muss ich irgendwie überprüfen, wie bei einem verdammten Wetter bricht, wie wütend du heute auch noch auf mich bist. Wie sehr du an mir zweifelst oder wie sehr du Lust auf mich hast oder Spaß oder wieder in deinem Kopf bist oder dir wieder irgendwelche Gedanken machen musst. Ich habe keine Lust mehr darauf. Ich bin, der ich bin. Ich bin ein verdammt guter Mann. Ich habe vielleicht mal einen kleinen Fehler gemacht. Ganz im Ernsten. Ich habe mich dafür entschuldigt. Also wenn du mich nicht willst, dann willst du mich nicht. Dann ist okay. Vielleicht muss ich dir dabei helfen, zu dieser Realisation zu kommen. Aber dann geh und mach dir deine Gedanken und komm zurück, wenn du mich willst. Aber ich habe keine Zeit mehr für dieses Zeug hier. Ich habe keine Zeit. Ja, vor allen Dingen die Nachrichten, das ist halt auch die Frage, die sind ja auch wertlos. Na, wie geht's gut? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ganz im Ernst. Nochmal, du hast keine Zeit. Also die kann auch ruhig mal merken, dass sein Leben mal weitergeht. Und man kommt sich ja hier vor, als würde man ständig einen toten Leichnam wiederbeleben. So irgendwann mal ist es gut. Hands off. Ich will noch mal ein kleines Schlussplädoyer halten. Das habe ich ja auch in diesem anderen Gespräch, was auch in Ruhe werden wird, eigentlich schon gesagt. Das ist noch mal ganz wichtig zu sagen. Ich werde dich jetzt mal kurz provozieren und vielleicht auch enttäuschen. Ich werde dir Folgendes sagen. Es ist mir wirklich egal, ob du mit dir jetzt wieder zusammenkommst oder nicht. Warum? Weil ich es nicht kontrollieren kann und du auch nicht. Das sind die Dinge, die wir beeinflussen können, über die wir uns Gedanken machen sollten. Aber ob sie dich mag, ob sie an dir zweifelt, ja oder nein, du hast wirklich beileibe alles getan, das glaube ich dir. Du hast dir alles gesagt, was zu sagen ist. Du hast dich gerechtfertigt. Du hast, aber was können wir denn machen, Gespräche geführt. Soll ich vielleicht in Zukunft solches? Du wirst gestrampelt und gekämpft haben. Das weiß ich. Also was willst du sonst noch machen? Du hast alles getan, was zu tun ist. Lebe dein gutes Leben. Und wenn sie wieder ankommt und wieder mit Wut und so weiter ankommt, dann musst du halt irgendwann sagen, ich habe keine Lust auf diesen Film, den du mir bietest. Es ist vorbei. Mach du doch mal Schluss. Mach du mal Schluss, weil das ist ja eh nichts. Das ist weder Beziehung noch irgendwas. Was ist das? Eine verlängerte Trennung? Eigentlich klingt es nach mir nach einem verschobenen Trennungsgespräch, was in die Länge gezogen wird, wo sie wahnsinnig viel Zeit hat, um langsam zu merken, es ist ja eh nichts. Und ich kann dir nie wieder vertrauen und deswegen ist es jetzt aus. Und du wirst die ganze Zeit wie ein Nice Guy warten, dass sie sich wieder dir annähert, bis sie dir irgendwann mal die Bombe vor die Tür legt. Und vielleicht sind wir einfach mal einen Schritt schneller und sagen, das war's, ich habe darauf keine Lust mehr. Ich will ein Ja. Ich will eine Frau, die Ja zu mir sagt und nicht, vielleicht, weiß noch nicht. Das ist scheiße. Das ist wirklich entscheidend, dass du ein gutes Leben führst und die Leute, die bei dir sein wollen, die kommen auf dein Floß und die fahren mit und die, die nicht mehr wollen, die gehen runter. Und manche hängen halt noch so mit einer Hand hinten dran. Aber die wollen vielleicht nicht wirklich aufsteigen. Die müssen irgendwann was loslassen. Mal schauen. Mach's gut, mein Lieber. Alles Gute. Glaub an dich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020